WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 und die Sicherheit der Georgien seit dem Beginn dieser Pandemie. Und jetzt können wir die einzige Sache, die wirklich beschleunigt und beschleunigt diese Pandemie globalen. Und das ist eine sicherheit und effektivste Impfung. Und das ist eine große Herausforderung für die Amerikaner der Welt. Und das ist eine große Herausforderung. Wir haben eine große Herausforderung. Und das ist eine große Herausforderung.